Wow! Das ist so großartig! Schau an alle diese Böden! Schau an alle diese Böden! Ich brauche unbedingt die Mana tränke! Kann auch die Kleinen kaufen! Irgendwie kommt es mir so vor, als... ...machen wir irgendwas falsch, dass irgendwelche Gegner nicht spawnen! Wo bleibt zum Beispiel der Flugdrache? Der kam doch ständig! Ja! Wir sind doch im Hard-Mode, oder? Ich meine, die Korruption beweist das ja, oder nicht? Ja eben! Und die komischen Seelen und Gegner! Ja klar! Guck mal auf die Map! Hm! Ja krass, wie weit sich die Korruption ausgebreitet hat! Instant! Hm! Drachy, Mensch! Wo ist die Drachy? Ich weiß nicht! Ja! Fuchur! Ja! Aua! Fuchur! Fuchur! Den kenn ich doch! Aus dem Fernsehen! Oh! Wie viel der aushält! Ah! Ja gut, der hat 4000 Leben, ne? Der ist wie so eine Wall of Flash! Ah, also halb so stark! Wall of Flash hat er 8000, aber trotzdem! Oh, kein Mann noch mehr! Okay! Ähnlich außerhalb des Bildes, ne? Ja! Oh! Oh! Ach! Was war das? Ja! Äh! Wie viele brauchen wir? 500? Ja eigentlich schon, wir brauchen eigentlich super viele! Oh! Silbererz! Ja! Jaja! Kupfermünzen! Also ich glaube, wir sind auch recht viel so nach links und nach rechts noch geflogen, oder nicht? Um die Drachen zu farmen! Ja, aber da hatten wir so einen Gravitationstrank, weißt du? Ja! Der noch nicht mein Fuck war! Ja genau! Jetzt können wir halt immer ein bisschen links und rechts laufen, hier auf der Insel! Wir hoffen, dass wir einen trägern! Uh! Ja! Ich probier's mal! Ich spring mal von da links, soweit ich kann, um dann wieder zurückzukommen! Da ist wieder einer! Oh! Ein Lindwurm heißen die übrigens! Alter! Boah! Ich hätt's fast nicht geschafft! Es war so knapp! Mann, du hilf mir! Der tut mir weh! Oh ne! Ey, deine Laserwaffe hat aber einen gigantischen Vorteil gegenüber meiner Pistole! Der da wäre? Deine Kugeln gehen durch die Feinde durch! Achso! Ha! Deins prallt ab! Meins bleibt stecken hier! Achso, meins ist ein Durchschuss, was nicht so schlimm ist, meinste? Was viel besser ist! Ja, klar! Das weiß ich ja! Mach gar nichts! Nochmal acht Stück! Denkst du, das reicht für Flügel? Lass uns lieber noch einen töten! Okay! Zumal wir brauchen den auch noch für, ähm, mein Buch, ne? Schauen wir? Oder Golden Shower? Nee! Oder beides? Oh! Jetzt kann ich hier wegfassen, zwar! Wollte ich Sonnenblumen pflanzen, aber da waren schon überall welche! Da musste ich gar keine pflanzen! Nein! Boah! Hilfe! 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 Ist er? Ah so! Nein! Oh Mann! German Let's Play wurde zerstört! Oh Mann! Oh Mann! Kannst du bitte meinen Fuch-Gab-Stern mitnehmen? Also sehr nett von dir Fuch-Ru, aber du brauchst dich nicht gleich weglegen! Warum nicht? Oh! Weil ich gegen ihn kämpfen will vielleicht! Oh! Noch ein Stern! Verlust dich dem auszuweichen! Wieso? Na weil's immer so knapp ist! Alter! Jetzt darf er mich keinmal mehr berühren, sonst sterbe ich! Fuck! Er hat noch 70 Leben und er tötet mich! Nein! Okay! Nein! Warte! Nein! Und nicht sterben! Warte noch kurz damit! Verlehrt einfach Gold! So! Ich komm mal zur Basis! Hups! Hast du ihn gekillt? Ja! Kriebermann hat gekillt, getötet! Okay! Dann komm ich jetzt auch! Hast du keine Seele in der Nacht? Nee! Ich glaube nicht! Oh! Uns fehlen noch welche! Du hast immer den Loot geklaut! Oh! Uns fehlen noch welche! Na dann kommen wir gleich wieder hin! Warte mal! Ich hau mal das Partygirl aus dem Haus raus und hau den Geiter wieder rein! So! Seelen des Flugs kann man aus die Giant Harpy Feather machen! Ach auch! Ja! 20 Stück! Aus einer! Heftig! Aus einer! Richtig krass! Wohin muss ich dafür? Dann mach ich mal welche! Warte! Warte! Äh! Hast du noch Giant Harpy Feather? Ja! Eine! Gib mal her! Nee! Nee! Äh! Wir können dir Harpienflügel herstellen damit nämlich! Hä? Ja! 20 Seelen des Flugs plus Giant Harpy Feather, Harpy Wings! Wo ist der Unterschied zwischen den anderen Flügeln? Es gibt einfach ganze tausend unterschiedliche Flügel! Ach so! Willst du beim Guide mal gucken und schauen welche dir am besten taugen? Ja! Wie denn? Nimm mal einfach die Seelen des Flugs reinziehen! Okay! Ja stimmt! Dann siehst du alle Flügelarten! Ach da! Engelsflügel! Oh! Dämonenflügel! Fairy Wings! Könnte ich auch grad machen! Äh! Die Happy Wings! Weil ich glaub davon kann ich die Farbe dann ändern! Ja! Verstehste? Kann ich mir vorstellen oder nicht? Joa! Bestimmt! Obwohl das hat eigentlich schon fast die Farben meines Pullovers! Obwohl die Flame Wings auch richtig geil sind! Genau wie die Bad Wings! Alter wie viele gibt's denn? Ja ja! Viele ne! Geil! Ich guck kurz nach wo ich Ihor finde Zuschauer! Bitte nicht wundern dass ihr grade kein Bild habt! Ihor Terraria! Ja! Die Happy Wings! Ihor! Edit 1.2! Ihor's Material droppt bei Ihor Stickers! Found in der Underground Crimson! Fuck! Das ist ja so! Ich hab sie gegeben! Ich weiß was wir töten müssen! Ach oh! Wups! Was denn? Ach die Zuschauer sehen die ganze Zeit nur einen kleinen Ausschnitt eigentlich! Von meinem Fenster weil ich ihn noch im Vollbild hatte! Aber sie haben sie eigentlich so gut wie mich gesehen! Ups! Ich hab dir meine Seelen zugeworfen! Ich hab sie da! Oh oh oh! Hier! Ja die Happy Wings! Tut mir leid sorry Zuschauer! Aber wenigstens nur 5 Minuten! Dafür mach ich heute länger! Ähm! Wir brauchen Underground Crimson! Also wir können ruhig ne neue Welt machen wenn du willst! Wofür Underground Crimson? Äh! Um deine Pisse herzustellen! Ach so! Wie super Pisse! Können wir die Flügel jetzt schon machen? Äh! Hast du geschaut was du brauchst zum Craften? Ja die! Ne ne! Ich hab mich nur entschieden welche ich haben will! Die Harpien! Warte dann schau ich nochmal! Wegen den Farben! Äh! Harpienflügel! Ähm! Mitril Amboss! Also wir brauchen Mitril! Das grüne Erz! Ah! Okay! Sonst können wir eh nix wahrscheinlich draus herstellen aus unserem ganzen Zeug was wir haben! Oh! Äh! Ich pack mal alles wieder rein hier! Wahrscheinlich dann auch nicht äh! Wahrscheinlich dann auch nicht den goldenen Schauer oder? Hä? Ne auch nicht! Dann lass uns da erst Semitrilling entzuholen! Ist das nicht schlauer? Du hast es irgendwie total falsch gelesen! Weil wenn man die Giant Harpifee da rein zieht steht auch nur da dass man damit die Flügel herstellen kann! Hä? 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 Äh! Gucken wir mal nach links! Richtung Dungeon! Ne! Nach dem Eisgebiet! Da ist keine Korruption! Okay! Hast du noch 1 blanker Portion dabei? Ne doch! Ja doch müsste ich! Bitter Sturz! Gelb! Der ist gelb! Wenn nicht ist auch nicht schlimm! Ne! Ne ne du hast mir einen gegeben anscheinend! Ich hatte 2 gegeben! Hä? Jo! Wo ist denn dann der andere? Ich weiß nicht! Ich hab 4 Stück raus! 2 hab ich dir gegeben! Einen hab ich selber noch! Komisch! Gucken wir hier runter? Ne! Alles voll mit Köbis hier! Ja! Sollte man eigentlich mal abfarmen um zu gucken ob man noch so einen scheiß Huhn so kriegt! So ein Pad? Ja! Na guck mal hier ist der Zauberwald! Ah! Ah! Wir sind bei den Gummibären! Ja! Die Musik ist wohl anders! Bestimmt ist es auch jetzt mittlerweile anders als Holz! Und ganz viele Sonnenblumen! Ich war eigentlich dafür! Dass wir einfach so eine richtig fette Basis über dem Meer errichten oder so! Also links über diesem riesigen Meer! In der Luft einfach! Da wohnt einfach kein Feind spawnt! Damit wir unsere Ruhe haben! Ja! Na guck mal jetzt! Okay! Wir haben keinen Höhleneingang! Da ist der Dungeon! Da ist der Dungeon! Da ist der Dungeon! Da ist der Dungeon! Hallo Dungeon! Der soll äh! Man muss irgendwas töten dass der Hardwood Dungeon freigeschalten wird! Also es sollte wahrscheinlich... Warum gehen wir gerade rein? Weiß ich nicht! Wenn wir gerade hier sind! Ja! Komm! Okay! Hi Gonzo! Hey! Hey! Moment ich guck kurz! Tut mir leid! Jetzt rastet er aus! Jetzt rastet er aus! Und jetzt schlägt er seine Hunde wieder! Ich glaub gar nicht was ich schon alles miterlebt hab! Da redet man mit dem! Und dann tritt auf einmal sein Hund weg! Okay! Wir wollen ihn nicht übertreiben! So! Ich geh jetzt nach unten zu dem Zombie! Ihr seht ja gerade wie weit ich weg bin! Und jetzt baue ich den ein! Guck mal! Oh! Ich baue den ein! Hier guck! Ich bin ein Mülleimer! Hallo! Guck mal! Ich hab dich eingebaut! Da kommst du nicht mehr raus! Nein! Die Wand vor mir! Wie soll ich denn da jetzt rüber kommen? Okay! Dann gehen wir nicht hier rein! Wie krass er jetzt gerade gebellt hat! Hat er noch nie gemacht! Genau! Hat er noch nie gemacht! Ich hab den Leuten ne Geschichte erzählt! Ich glaub bei dir kommt bald das Jugendamt vorbei! Und ja! Das Jugendamt kommt vorbei wenn man Scheiße mit dem Hund macht! Dann kommt das Jugendamt? Nein! Ja! Ich hab gehört sie quälen ihr Kind! Oh! Ja geil! Schomjei! Was machen wir jetzt? Ich hab alles aus meinem Invental gerade da reingelegt! Ah! Dass ich eh... Platz hab! Pah! Pah! Achso! Kannst du gleichzeitig drauf zugreifen? Ja ne? Ne! Jetzt geht! Hä? Ich bin aber immer noch dran! Achso! Ne, ja! Würde gehen! Okay! Das ist wenn man den Kürbis rausholt! So! Und die Haltrenke kann ich noch hochziehen! Wunderbar! Und das mal auch mal oben! Okay! Ja! Ja! Ich brauch ne Höhle! Manuel! Ja! Dann lass deine graben! Äh! Okay! Graben wir nach dem Wüsten... Ding hier! Okay! Huiii! 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 Guck mal! Ich kann springen! Einen tiefsten Punkt hier graben! Da! Nein! Okay! Graben wir hier! Ich will sein Wasser nicht mitnehmen! Richtig! Ich bin schon mal mein Spelanka-Pauschen! Den ich in mein Tresor gepackt habe! Okay! Ich dachte erst, was kommt uns denn da entgegen! Oh! Eine Giesde! Ja! Oh! Guck mal! Da unten ist! Ja! Den nehm ich mit! Aha! Ja! Oh nein! Ah! Guck mal! So kommt es! Ja! Stimmt ja! Da war ja was! Ah! Nein! Oh Gott! Weißt du wie jetzt die Kommentare aussehen? Das habe ich ja vollkommen vergessen! Ich auch! Die Altare bekommt man ja nicht mal! Weißt du? Man kann die einfach nur abbauen! Die nehmen wir mal mit! Okay! Haha! Ach schön! Gut, dass wir das erste zweite Part im... Oder? Nee! Eher gut! Aber wir haben nur im letzten Part völlig... So! Jetzt gibt es auch Mitril! Boah! Das ist doch ekelhaft, ey! Jetzt kommt Adamid! Nee! Titanium! Was ist Titanium? Das ist neu! Äh! Und kommt dann einfach immer gar keins mehr oder was? Was denn? Oder befleckt dann einfach die Welt nochmal mehr damit? Ich verstehe grad nicht! Das befleckt die Welt immer mehr damit! Das befleckt die Welt immer mehr damit! Okay! Umso mehr Altare wir davon abbauen! So! Noch ein bisschen Kobalt! Alter wie die mich alle ficken man! Manu, hör auf Sex mit den Gegnern zu haben! Ich überpisse dich doch nur an! Ah! Ich wurde verdunkelt! Ich seh kaum was! Alter! Boah! Fick der mich! Bin fast tot! Oh! Da kann er da durch! Oh! 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 Heute verliere ich die Schuhe von Manuel! Die Monster Fika! Ja! Ich fick die alle weg! Der King! Aua! Oh mein Gott! Ah ja! Hier waren wir unten drin! Hier waren wir unten drin! Aber uns fehlt noch ein Material sowieso! Also brauchen wir halt noch auf jeden Fall ein paar Altäre! Wie es uns einfach jetzt auffällt! Wir sind so scheiße! Ja mein Gott! Wir haben es auch seit 100 Jahren nicht mehr gespielt! Ja! Hier sind nochmal 3 Altäre nebeneinander! Doch so schlecht! Ja! Schlechte Körper! Ich hab... Oh! Für den Skelett Boss hab ich das Spawning grad gefunden bei nem Feind! Lol! Super Skeletron können wir herbeirufen! Ja! Ja! Mitriiil! Mitranium! Kobalt! Ah! Mitriiil! Oh! Ich hab auch einen gefunden! Ich bin cool! Ja! Da sind noch ganz viele... Ich hab noch zu welchen grad hingegraben! Alter! Mach so viel Schaden! Was ist mit dir los? Kannst du bitte sterben gehen! Wo denn? Ah da drin! Ja grab du mal den Weg dahin! Ich such mal die die noch offen rumstehen! Zum Beispiel den hier! Gut! Titanium! Titanium ist scheinbar das neue Adamid! Mal! Geh nimm mir auf den Sack! Alter! Entschuldigung! Ich hab nicht damit gerechnet, dass der 57 Schaden macht, wenn ich durch ihn durchlaufe! Oh! Oh! Ist das ätzend! Ich komm nicht da hin! Okay! Ich komm mal zu dir! Hier sind einfach... Alter! Ist hier Inzest am Start! Oder warum gibt's hier so viele? Inzest City! Oh! Oh mein Gott! Oh! Alter! Boah! So viel hab ich noch nie nebeneinander gesehen! Noch nie? Noch nie! Noch nie in deinem ganzen Leben! Ja! So viel! Hallo! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh ja! Hi! Hi! Lebt noch einer oder alle tot? Ne alle tot! Alle tot! Alle weg! Oh! Hahaha! Womit macht man das nochmal kaputt? Äh... Mit dem Pornhammer! Den ich hab! Ach den hab ich doch gar nicht! Ne! Wir haben die erst einmal getötet! Achso! Ich hab mich grad fast getötet damit! Ah cool! Achso! Ah da links ist noch einer! Ja ich hab auch einen noch! Ich seh zwei! Ich seh drei! Okay! Ich baue mich mal dahin! Okay! Ah ich hab hier auch nochmal drei! Sehr gut! Je mehr wir holen desto besser ist es ja ne? Ja klar! Umso weniger müssen wir später durch die Welt öfters laufen! Alter hier sind auch mal fünf, sechs Altäre einfach nebeneinander! Was ist denn los? Ja! Ich baue mal eben dahin und dann kannst du ja gleich alle direkt abholen! Taa! 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 Die gegner die ganze Zeit beim sterben! Eins! Zwei! Drei! Vier! Hahaha! Alter! Ja ich glaub im nächsten Part können wir dann gut gute Gedanken unsere Erze suchen! Oh hier ist schon blaues Erz! Ja wie viele sind denn hier? Ich glaub im Korruptionsgebiet ist die Spawnrate erhöht! So! Fünf! Ja! Hier kannst du schon einen abholen! Muss hier jetzt erstmal freigraben! Scheiße! Warte! Da ist auch noch einer! Alter wie viele! Hä wo bist du denn reingegangen? Da warst du gerade auch! Immer noch in dem selben Loch! Achso! Du haben letztes Loch Loch! Links! Links! Einfach! Da hab ich freigegraben siehst du ja! Ja! Ich hab nur Angst wegen dem Wurm! Warte doch nicht! Ist alles okay Zombie! Hehehe! So! Meine Welt! Gott bläst du das Titanium! Wow! Ultraleck ey! Ah und da unten sind auch noch ein paar! Okay! Ja bei mir waren auch noch ein paar! Ich glaub ich komme gleich abfahrt TNT und springe alles weg! Ging ein bisschen schneller ja! Machen wir den Osama! Da oben ist auch noch einer! Überall sind die! Krass! Weißt du ja gleich schreiben sie alle in die Kommentare! Nein! Nicht alle kaputt machen! Man braucht später noch welche! Hahaha! Kann ja gut sein! Weißt du hier unten liegt einfach eine Wolke in der Flasche rum! Die wir nie mitgenommen haben! Sehr gut! Hier kannst du wieder einen abholen! Ganz neu! Hier sind zwei nebeneinander! Ja ja ich hab selber noch ein paar hier! Ich mach dir immer alles voller fucken damit du die siehst! Ja ich hab zwei Kobalt Erz! Wir sind reich! Jaaa! Heidewitzka! Okay doch bitte weg von mir eh komischen Gegner! Oh da links ist noch einer! Oh mein Gott! Oh nein! Ja Hunde ist gut! Sooo! Ich nehm kurz das Kobalt Erz noch mit! Kann ich denn bitte damit wegschlagen? Ja Gott sei Dank! Wär so nervig wenn ich jetzt bei dem Kobalt Erz immer kämpfen müsste zwischendrin bis ich's abgebaut hab! Ja! Oh! Ich glaub hier ist auch Kobalt! Blau! Blau ist Kobalt! Ja ist Kobalt! Komm doch mal zu mir ne wegen dem Altar! Ja! Ja ich hab jetzt bei mir fertig! Zumindest die Teils! Ich glaub wir haben auch genug Altäre abgebaut! Brauchen wir ja nicht eine Milliarde Erz! Doch! Okay wir brauchen eine Milliarde Erz! Ihr habt's gehört! Und wir machen das mit den Altären in der Folge wirklich noch fertig! Einfach so als Special weil ich die ersten Minuten verkackt hab! Sooo! Wo ist noch einer? Rechts sind zwei nebeneinander! Hab ich dir da ausgeleuchtet extra! Komm! Ich führe dich! Du kannst mich auch gerne Führer nennen! Du bist der Führer? Ja! Ja aber gut ich würde sagen werden die Hunde hier eh grad immer lauter werden! Wir haben's äh... Hier zwei! Noch zwei Altäre machen wir kaputt und dann beim nächsten Mal kommt ein Geist und wird uns bitten! Hilfe! Beim nächsten Mal sammeln wir die Erze ein! Ja! Tschüss! Tschüss!